Servus, Grüezi und Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel. Nicht mehr und nicht weniger als meine Wenigkeit. Und der wunderschöne Jens hinter der Kamera. Wir sind wieder, wie ihr sehen könnt, am Erklärbär-Schreibtisch und gehen heute auf das Thema Wärmeübertrage ein. Ihr Lieben, ich habe das Vergnügen, heute ein Video mit dem Jens zu drehen. Mein lieber Jens, ich habe dich schon lange nicht mehr hinter der Kamera gesehen. Wenn du mich schon lange nicht mehr gesehen hättest, hätte mich das gewundert. Das ist korrekt. Ich wohne hier. Ich wohne hier, genau. Aber ich habe lange nicht mehr mit dir gedreht, tatsächlich ja. Also Andi hat es schon so ein bisschen übernommen hier, ne? Ich lege hier die Füße nur noch hoch. Ja, ich glaube auch, den ganzen Tag tut der Mann nichts anderes, als hier die Füße hochzulegen. Nein, in der Tat, ich freue mich, dass wir zusammen wieder ein Video drehen, denn wir dürfen mal wieder ein bisschen technisch werden. Wie ich eben schon sagte, wollen wir heute das Thema Wärmeübertrager machen. Jetzt habe ich dieses komische Wort benutzt, weil ich es eben in einem schlauen Buch gelesen habe und mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich stimmt, ob die wirklich so heißen. Denn ich kenne die Dinge als Wärmetauscher und ihr mutmaßlich auch. Also ich habe jetzt mal beide Begriffe gesagt und ihr überlegt und denkt darüber nach, welcher Begriff euch besser passt. Oder wenn jemand eine besondere, eine Begründung hat dafür, warum der ein oder andere Begriff richtig ist, gerne in die Kommentare damit. Wir haben zwei Sorten von Wärmetauschern hier. Wir haben zum einen diesen hier, das ist die Kamera hier, diesen Wärmetauscher, der eigentlich für Schwimmbadwasser ist und der sich darum drehte, also das Austauschen von Primärheizenergie hier rein, so da rein, da raus, also Wasser, was von der Heizung kommt, heißes Wasser und hier rein und dort raus das Schwimmbadwasser. Es geht also im Wesentlichen um zwei unterschiedlich warme Medien, sei es in dem Falle Wasser, meistens bei geführten Heizungen geht es eben um Wasser. Dabei kann das eine Heizungswasser sein und das andere Trinkwasser, das ist kein Problem, aber letztlich geht es darum, nur die Wärme, aber nicht das Medium zu übertragen. Und dafür braucht man eben diese Wärmetauscher. Jetzt gibt es verschiedene Wärmetauscher, Gegenstromprinzip, Kreuzstromprinzip, das sind die Flussrichtungen da drin. Das gängigste, zumindest in der Heiztechnik, ist der sogenannte Plattenwärmetauscher. Und auch hier gilt, genau wie bei diesem Wärmetauscher, auf der einen Seite kommt ein Medium rein, was heißer ist, als das andere, oder was auf der anderen Seite reinkommt. Das Ganze wird berechnet nach einem sogenannten U-Wert. Den habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört, da geht es auch im Moment viel drum, beim Thema energetisches Sanieren hat man häufig bei Fenstern, bei Dächern, bei Fassaden mit U-Werten zu tun, was im Prinzip ein Wert ist, der die Wärmeübertragung beschreibt. In Sachen der Heiztechnik ist ein U-Wert definiert als die Wärmeübertragung, die auf einem Quadratmeter Fläche stattfindet, wenn der Temperaturunterschied zwischen dem primären, dem wärmeren Medium, und dem sekundären, dem kälteren Medium, ein Kelvin oder ein Grad Celsius besteht. Und dieses Verhältnis, ein Quadratmeter groß, primär zu sekundär, ein Kelvin Unterschied, der oder das Verhältnis wird als U-Wert bezeichnet. Ein Plattenwärmetauscher ist, wie der Name schon sagt, aus Platten gemacht. Wir haben hier mal einen aufgeschnitten für euch, ich halte den hier mal rein. Man sieht so ganz feine, leichte Lamellen, die hier, sieht aus wie eine Bienenwabe, in diesen Platten ansortiert ist. Die Leistung des Plattenwärmetauschers ergibt sich durch die Anzahl der Platten, die man hier auch noch schön erkennen kann. Das hier ist ein gelöteter. Das heißt, je dicker dieses Stück hier wird, desto leistungsfähiger wird der Plattenwärmetauscher. In diesem Medium ist diese Bienenwabe so konstruiert, dass immer durch eine Platte, wie der Name schon sagt, das primäre Medium läuft, und durch die andere Platte das sekundäre Medium. Dabei hat man darauf geachtet, dass die Oberfläche, an der sich die beiden Medien begegnen, möglichst groß ist. Man kann das auch sehr schön hier in diesem Wärmetauscher sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Blenden wir sonst gleich ein. Genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich reingucken muss. Wo war das denn? Fand ich sehr, sehr spannend. Hier war das. Genau. Probier es mal. Ich weiß aber nicht, ob das klappt, sonst blenden wir es tatsächlich ein. Man versucht also, auch in dieser Form des Wärmetauschers, die Oberfläche zwischen primär- und sekundär-Medium möglichst groß zu machen, damit eben die Wärmeübertragung sehr einfach stattfinden kann und möglichst effizient läuft. Die Leistung des Wärmetauschers, wie schon gesagt, ergibt sich aus der Dicke, ist aber letztlich natürlich auch einem Verschleiß unterworfen. Da gibt es die üblichen Verdächtigen, die dafür sorgen, dass so ein Wärmetauscher weniger leistungsfähig wird. In erster Linie Kalk zu nennen, wenn es um das Thema Trinkwasser geht. Und aber eben auch Schlemme, die im Heizungswasser entstehen und die eben diese Oberflächen hier verringern, beziehungsweise nicht verringern, sondern zusetzen und damit die Effizienz dieser Oberfläche, dieses Wärmeaustauschs einschränken. Und das ist eben der Grund, warum wir aber auch andere Dinge anbieten, die dieses Heizungswasser reinigen, respektive auch das Trinkwasser frei von Kalk halten. Hier ist zu nennen Schlammabscheider, generell das Thema Spülen von Fußbodenheizungen, Entkalkungsanlagen für den Trinkwasserbereich. Also all das, was man im Prinzip auch dafür einsetzt, dass sich Plattenwärmetauscher nicht zusetzen. Trinkwasser, habe ich eben schon gesagt, das Ganze funktioniert auch oder häufig eben mit Trinkwasser oder zur Erwärmung von Trinkwassern. Plattenwärmetauschern werden jetzt bei Heizungsanlagen der Firma Weiland nur dann eingesetzt, wenn es um Durchlauferhitzerthermen geht. Also VCW nennt sich das. Das Trinkwasser also im Wesentlichen dann abgerufen wird, wenn man den Hahn aufdreht. Wie ein Durchlauferhitzer eben, nur dass der über die Heiztherme eben benutzt wird oder erst erzeugt wird. Jetzt wird hier gesägt, das ist merkwürdig in einem Büro, aber man konnte es recht deutlich hören. Entschuldigung, ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Trinkwassererwärmung, ganz genau. Für die Trinkwassererwärmung in Warmwasserspeichern werden dann meistens Spindeln benutzt. Also wenn ihr so ein Schnittmodell, vielleicht können wir eins einblenden, Jens. Wenn wir so ein Schnittmodell eines Warmwasserspeichers sehen, befindet sich da drin eine Wendel, in der das primäre Medium, das Heizungswasser, läuft und man versucht eben über die Anzahl der Windungen möglichst viel Oberfläche zu erzeugen, um die Wärmeübertragung effizient ablaufen lassen zu können. Je problematischer das Trinkwasser ist, zum Beispiel je verkalkter das Trinkwasser ist, desto schneller setzt sich das primäre Medium eben zu oder der Oberfläche des primären Mediums. Schlicht und ergreifend durch die Temperaturunterschiede, das hat der Kalk so an sich. Das macht er eben so. Es gibt den Plattenwärmetauscher aber eben auch beim Austausch von Heizungswasser. Hier ist zu nennen eine Fußbodenheizung als Beispiel oder auch Heizkörperinstallationen im Haus. Im Wesentlichen die Idee, wir trennen das Haus von der Heizung ab. Das heißt, wir haben ein System, in dem, jetzt zeige ich es nochmal hier, ihr seht ja hier vier Anschlüsse. Wir haben also ein System, in dem auf der einen Seite das Haus angestöpselt ist mit Vor- und Rücklauf und auf der anderen Seite die Heizung angestöpselt ist, ebenfalls mit Vor- und Rücklauf. Man macht das deswegen, weil bei manchen Heizungsanlagen oder gerade alten Hausinstallationen das verwendete Rohr Abrieb oder problematische Stoffe hat, Metallspäne, Schlemme, Diffusionsundichte Rohre in der Fußbodenheizung, ein ähnliches Problem zur organischen Anreicherung, zur Schlammbildung. Und das will man eben möglichst von den Hocheffizienzpumpen der Heizung weghalten, das Thema. Und deswegen verwendet man eine sogenannte Systemtrennung, auch diese mittels eines Plattenwärmetauschers. Genau, eigentlich, wenn man so will, ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, so etwas herzustellen, aber von seiner Funktionsweise her ein simples Bauteil. Und es kommt wesentlich häufiger zum Einsatz, als wir uns das vorstellen können. Wichtig ist halt, ihr könnt das Ding nicht warten, ihr könnt es nicht wieder, ihr könnt es ein bisschen spülen, aber nicht so richtig reinigen. Es geht um die Qualität des Mediums, was ihr einleitet in den Wärmetauscher. Das entscheidet darüber, wie langlebig so ein Ding eben ist. Und wenn ihr irgendwann, auch das im beginnenden Winter ein Thema, ein Problem hat und euer Gasverbrauch ansteigt, kann es eben auch an der Effizienz solcher Plattenwärmetauscher liegen, weil die in ihrer Leistungsfähigkeit dann nachlassen. Genau, bevor ihr sich hier einen Wolf sägt, Jens, wir müssen mal herausfinden, wer da sägt. Ich habe Angst, dass da gleich jemand in unserem Büro auftaucht. Bevor es aber soweit ist und hier der Leibhaftige durch die Wand springt, wollen wir dieses Video gerne beenden. Wir hoffen, das hat euch etwas gebracht, ihr habt etwas mitnehmen können. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, natürlich jederzeit in die Kommentare. Damit und über ein Abo unseres Kanals würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Wir danken Marco an dieser Stelle recht herzlich für das Auseinandersägen. Ich glaube, das war eine spaßige Aufgabe, aber es war wertvoll, dass er es gemacht hat. Ihr Lieben, eine schöne Woche, habt eine gute Zeit. Nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr gibt es das neue Video von Haustechnik Vosswinkel und dann wieder mit frischem Content. Jens, danke, dass du hier warst. Schön, dass du hier warst. Es war mal wieder schön. Euch eine gute Woche und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.